Kallisten warf sich hinter die Säule in Deckung und fühlte, wie das Gestein bebte, als die explosive Munition einschlug und Splitter abgesprengt wurden. Er kroch rückwärts, weg von dem Geschosshagel und in die Sicherheit eines stabilen Mauerabschnitts. Während er sich bewegte, schlugen mehr und mehr Geschosse um ihn herum ein und schleuderten Glassplitter in die Luft. Warnungen und das Geräusch von weiter entferntem Bolterfeuer erklangen über das Vox. Sein gesamter Trupp geriet unter Beschuss. Zwei weitere Lebenszeichen erloschen auf seinem Helm-Display. Beim Thron, wo kommen die alle her? Stehen unter schwerem Beschuss, berichtete Orphid 200 Meter von ihm entfernt. Mache mehrere. Dann flackerte die Verbindung, brach ab und ließ nur rauschen im Vox-Kanal zurück. Markiert meinen Standpunkt, befahl Kallisten, während er sich umblickte und versuchte, das Beste aus dem Gelände um ihn herum zu machen. Es gab viel Deckung in der zerstörten Stadt, aber nichts, was einem gezielten Angriff hätte standhalten können. Zurückfallen zu meiner Position. Ich wiederhole, zurückfallen zu meiner... Er riskierte einen Blick durch einen Spalt in der Mauer, während er versuchte, seinen Helm so weit unten wie möglich zu halten. Er hatte noch immer keine Zielruhnen auf seinem Helm-Display, aber die aus Pexe konnten gestört werden. 200 Meter entfernt, auf der anderen Seite der verlassenen Straße, sah er zum ersten Mal feindliche Bewegungen. Etwas Hellgraues huschte dort zwischen der Deckung hin und her, den Kopf gesenkt und schnell. Die Silhouette war unverkennbar. Servorüstungen. Kallisten konnte sonst nichts ausmachen, aber er wusste, dass dort mehr als ein Feind war. Er überprüfte, dass das Magazin eingerastet war und die Anzeige volle Ladung anzeigte. Seine Herzen begannen in dem gleichmäßigen und tiefen Rhythmus zu pochen, der immer vor dem Kampf schlug. Er spürte das wohlbekannte Kitzeln auf seiner Haut, als Dims in seine Blutbahn gespült wurden und sich die Muskelphase-Schnittstellen seines Karapaks bereitmachten. »Das ist meine Welt, ihr Hunde«, knurrte er mit fester Stimme. »Ihr müsst an mir vorbei, wenn ihr sie haben wollt.« »Nein von euch«, wiederholt er. »Nein Narren. Es scheint so, als hättet ihr keine weiteren Pläne gehabt, als in den Überresten herumzuschnüffeln und nach Schrott zu suchen. Ist euch denn nicht in den Sinn gekommen, dass die Zerstörer von Prospero Truppen zurückgelassen hatten?« »Natürlich ahnten wir das.« »Und trotzdem seid ihr zurückgekommen?« Ich überlege kurz, ob ich mein Glück noch einmal herausfordern sollte. Ich kann ihn so leicht verärgern, aber das Timing muss stimmen. Für den Augenblick halte ich mich zurück. »Ja, unsere Situation war ohnehin düster. Wir waren allein, getrennt vom Rest unserer Flotte. In einer solchen Position der Unwissenheit waren wir verwundbar. Ich entschied, nach Überlebenden auf Prospero zu suchen, eventuell nach dem Primarchen selbst. Wir waren uns bewusst, dass es wahrscheinlich keine geben würde, aber es gab auch noch andere Gründe, um, wie ihr sagtet, in den Ruinen herumzuschnüffeln.« Darauf folgt eine kurze Pause, eine kurze Unterbrechung in seiner sonst so gleichmäßigen Atmung. »Andere Gründe?« Ich entscheide, mich weiter zu sprechen und bei der Wahrheit zu bleiben. Dieses Verhör wird so oder so bald enden. »Prospero war der größte Hort des Wissens unter allen Welten der Menschheit,« sage ich und versuche erst gar nicht, den Stolz in meiner Stimme zu unterdrücken. »Es gab Bibliotheken hier, um die uns selbst die alten Völker beneidet hätten. Wir hatten Geheimnisse in unseren Gewölben, Geheimnisse, für die selbst wir noch nicht die Zeit hatten, sie vollkommen zu entschlüsseln. Während ihr zwischen den Sternen gereist seid, um zu plündern und zu töten, haben wir gelernt.« Als ich die Worte sage, erinnere ich mich, dass ich mit exakt den gleichen Argumenten auch wieder davon überzeugt hatte, nach Hause zurückzukehren. Er war meinen Ausführungen ebenso aufmerksam gefolgt, wie mein Fragesteller genau in diesem Moment. »Ihr redet von Wachserei,« sage ich zu ihm. »Ich traue mich ein wenig mehr.« »Ihr wisst nichts davon. Es gibt Feinheiten im großen Ozean, die nur wir verstanden. Wir konnten in die Essenz des War blicken und einen Sinn in seinem Gefüge erkennen. Wir konnten flüchtige Blicke in die Zukunft erhaschen, von Möglichkeiten. Fantastischer, als man es je in Worte fassen könnte.« Ich fange an, mich zu begeistern. Ich erinnere mich an die Maschinen, die wir zum Lernen, zum Forschen und zum Heilen benutzten. An das unglaubliche Potenzial, das in ihnen steckte. Wir waren wie Kinder, welche in eine Dimension voller Wunder traten. Und unsere Augen glänzten angesichts der Herrlichkeit, die wir erblickten. »Ich dachte, dass wir einiges davon retten könnten. Sollte etwas verschont geblieben sein. Wenn das Schicksal schon entschieden hatte, dass wir vertrieben werden sollten, dann konnten wir vielleicht wenigstens die Werkzeuge nutzen, die wir angesammelt hatten.« »Und hast du etwas gefunden?« Er ist eifrig, giert jetzt nach Informationen. Die Abscheu ist aus seiner Stimme gewichen und wurde durch etwas wie Verlangen ersetzt. Vielleicht weiß er gar nicht, wie durchschaubar er ist. Merkwürdig, dass er so wankelmütig ist. Ich hatte immer den Eindruck, dass die Wölfe selbstsicherer wären. »Nein«, sage ich und zerschlage seine Hoffnung so gezielt, wie ich kann. »Wir hatten keine Zeit. Außerdem bezweifle ich, dass irgendetwas die Zerstörung überstanden haben könnte, die ihr angerichtet habt. Ihr habt alles zerstört. Wenn ich gewusst hätte, dass ihr hinter diesem Angriff steckt, hätte ich auch nichts anderes erwartet. Ihr seid schlechter und Psychopathen, Sadisten und Idioten, die Niedrigste, der...« »Ich weiß, was ich hier tue.« »Seine Psyche öffnet sich mir immer weiter. Ich baue seine Erwartungen auf und zerstöre sie dann. Ich spüre die Zerbrechlichkeit seines Geistes und schlage zu, wo ich weiß, dass der Schmerz am größten sein wird.« »Ich höre erst auf zu sprechen, als seine Faust in meinen Kiefer kracht. Ich bin psychische Gewalt gewöhnt, doch die Kraft seines Schlages überrascht mich. Er bewegt sich schnell, schneller, als ich es je könnte. Ich spüre meine Knochen splittern, meine Kieferpartie bricht und mein Kopf schlägt gegen das Metall des Stuhls. Schmerz flammt in mir auf, brennend und hell hinter meinen Augen. Dann trifft eine zweite Welle von Schmerz auf mein Gesicht. »Du weißt überhaupt nichts über uns!« brüllt er, und seine Stimme ist von wahnsinniger Wut verzerrt. Benommen wird mir klar, dass ich etwas von unglaublichem Ausmaß freigesetzt habe, und mein Magen zieht sich zusammen. Er schlägt mich erneut mit seiner anderen, eisernen Faust, und mein Kopf wird schmerzhaft in meiner Fessel herumgeworfen. Das bisschen Sehvermögen, das ich im Dunkeln hatte, verschwindet und wird durch einen rot-schwarzen Nebel ersetzt. Etwas anderes. Ein Stiefel trifft mich in den ungeschützten Magen, bricht meine verwachsenen Rippen und drückt die Splitter nach innen. »Gar nichts!« brüllt er, und eine ganze Flut an Speichel trifft auf meine aufgeplatzten Wangen. Er schreit mir ins Gesicht. »Ich kann ihm nichts entgegensetzen. Ich bin zu schnell vorgegangen, und er wird mich mit Sicherheit töten. Mehr Schläge prasseln auf mich nieder, lassen Haut und Muskeln reißen und rütteln meine Knochen durch. Mein Kopf rotiert durch die beiläufigen, tödlichen Faustschläge auf meinem Hals, umher wie ein Kreisel. Wären die Fesseln nicht gewesen, die mich aufrecht halten, wäre mein Rückgrat schon längst gebrochen. Auf einmal hält er inne. »Gnediger Thron!« »Er hält inne!« Ich höre, wie er immer noch vor Wut flucht, außer sich vor Raserei. Er schreitet auf und ab und versucht, die dunklen Kräfte unter Kontrolle zu bekommen, die ich an die Oberfläche geholt habe. Ich japse nach Luft und fühle, wie meine verletzten Lungen arbeiten. Die Welt dreht sich um mich herum, getrübt und schwindelig vor Schmerz. Seine Atmung ist wie die eines Tieres, abgehackt und von Feuchtigkeit durchzogen. Für lange Zeit spricht er nicht. Ich glaube, er kann nicht sprechen. Die Wut braucht ihre Zeit, um sich zu legen. »Du weißt gar nichts über uns«, knurrt er erneut und seine Stimme ist nun wieder mit dieser beängstigenden, grollenden Bedrohlichkeit unterlegt. »Ich kann nicht antworten. Meine eigenen Lippen sind geschwollen und aufgeplatzt, und ich kann fühlen, wie mein Blut anfängt, in harten Klumpen innerhalb meiner Wunden zu gerinnen.« »So selbstsicher«, er spuckt, und ich spüre, wie ein Klumpen öligen Schleims auf meinen Körper trifft. »Du bist so verdammt selbstsicher, und dennoch stellt sich heraus, dass du sogar noch weniger weißt, als du glaubst.« Er kommt wieder näher, und ich kann sein saures Aroma riechen. Der Geruch offenbart vieles. Er hat eine gewisse Wildheit an sich, wie das durchnässte Fell eines Jagdhundes. Aber da ist auch noch etwas anderes, etwas Chemisches vielleicht. »Du, du weißt noch immer nicht, warum ich dich hierher gebracht habe«, sagt er. Seine Verachtung für mich ist messerscharf. »Zeit, ein wenig Licht in die Sache zu bringen.« Während er das sagt, erwachen Lumenröhren zum Leben. Das plötzliche Aufleuchten fügt meinem mitgenommenen Kopf nur noch mehr Schmerzen zu, und ich kneife meine geschwollenen Augen zusammen. Es dauert einige Zeit, bis ich sie wieder öffnen kann. Ganz vorsichtig öffnen sich die Augenlider, flatternd, unter einer Kruste geronnenen Blutes. Zum ersten Mal sehe ich meinen Fragesteller. Während ich in sein Gesicht schaue, verschwommen und unklar in dem scharfen Licht, erkenne ich endlich ein paar Details, ein wenig Identität. Jetzt erkenne ich, genau wie er es sagte, dass ich in der Tat rein gar nichts weiß. Avida rannte schnell und hielt seinen Kopf geduckt, während er darauf achtete, wo er hintrat. Er erreichte sein Ziel, eine hohe Säule aus halbgeschmolzenem Metall an der Ecke von etwas, was früher einmal die Kreuzung zweier Transitstrecken gewesen war. Er ließ sich entlang der Säule zu Boden sinken und wagte einen Blick um die Ecke. Der Körper von Ophid lag in der Mitte der offenen Straße. Zu beiden Seiten säumten die Ruinen von ausgebrannten Häusern den Weg. Er konnte keine Bewegungen ausmachen. Er betrachtete den Annäherungssensor auf seinem Helmdisplay, keine feindlichen Signale, aber drei seiner Brüder tot. Drei andere aktive Signale näherten sich ein paar hundert Meter entfernt Callistons Position. Avida war am weitesten entfernt, nicht in Formation und isoliert. Die Stadt war totenstill, aber Avidas Geräuschverstärker fing ein leises Scharren ein. Es kam von der Straße ein gutes Stück weit weg. Etwas näherte sich ihm, verborgen durch aufgewirbelten Dunst und die Ruinen der Stadt. Er hockte sich mit dem Rücken gegen das Metall. Avida war Corvidal, Meister des sich ständig verändernden Gewebes der Zukunft. Wieder auf seinem Heimatplaneten und umgeben von dessen vertrauten Schwingungen fühlte er sich besonders mächtig. Er erlaubte seinem Bewusstsein, sich schnell durch die Enumerationen zu erheben. Er sah Pfade, die sich von ihm wegbewegten, überlagert vom Aufbau der Straßen, die ihn umgaben. Es gab zahlreiche, deutliche Möglichkeiten, jede einzelne von ihnen zwischen den anderen laufend, wie eine Herde aufgeschreckter, panischer Beutetiere. Einige Pfade waren verschleiert, aber viele von ihnen waren klar erkennbar. Er sah, wie sich seine Feinde näherten, ihre Bewegungen und ihre Taktiken. Sie hatten Kellestens Position umzingelt. Es waren Dutzende. »Bruder Käpt'n«, sprach er ins Vox. »Ich empfehle den Rückzug zum Landungsschiff. Es sind zu viel...« Avida brach ab, als er spürte, wie sich ihm schnelle Schritte näherten. Die Schritte waren noch nicht getan worden, aber das würden sie bald. Sein Gespür für die Zukunft überlagerte die Welt um ihn herum. Es projizierte nahe Zukunftsereignisse direkt über seine Wahrnehmung der Gegenwart. Er sprang auf die Füße und zog sich auf dem Weg zurück, den er gerade gekommen war. Er rannte und hielt seinen Bolter schussbereit auf Brusthöhe. Kellisten antwortete nicht über das Vox, wahrscheinlich war es gestört. Der Feind schien all ihre Schwächen zu kennen. »Wie lange hatten sie sich hier versteckt?« Und geplant. Er erreichte das Ende einer weiteren zerstörten Allee. Vier Straßen trafen hier aufeinander, und eine geschwärzte Statue von Keras, dem Episthemen, stand immer noch in der Mitte der Kreuzung. Seine verkohlten Augen blickten immer noch Richtung Osten, obwohl feine Ströme aus Öl den Stein herabliefen. Avida nahm die ihm entgegenkommende Zukunftsspur der Gegner wie ein Hologramm war und reagierte entsprechend. Sie versuchten, ihn abzufangen. Avida rutschte wieder in den Schatten der Statue und wartete, bis sie in Sicht kamen. Sie trafen binnen weniger Augenblicke ein, kurz nach ihren Zukunftsspuren, und folgten ihr, als ob sie wüssten, dass ihre Doppelgänger beinahe in der Reichweite seiner Waffe waren. Avida ließ sie passieren, wirbelte dann herum und brach aus seiner Deckung hervor. Er zielte schnell und feuerte zwei Schüsse aus seinem Bolter ab. Sie flogen wie zielgelenkt auf die beiden Köpfe zu, je ein Schuss für jeden Kopf. Das erste Projektil traf perfekt und explodierte, als es in die Rückseite eines blassen, blutverschmierten Helms einschlug. Sein Ziel bebte, stolperte vorwärts und fiel hart zu Boden. Eine Woge aus Glasscherben wurde aufgewirbelt, als er zu Boden krachte. Aber Vorsehung war niemals perfekt. Der zweite Schuss streifte die Rüstung des anderen Space Marines, brachte ihn aus dem Gleichgewicht, schaffte es aber nicht, ihn zu Boden zu bringen. Der Krieger fand sein Gleichgewicht beinahe sofort wieder, richtete sich auf und wirbelte herum. Eine Kugel blendend weißen Plasmas schoss direkt auf Avida zu. Als das passierte, hatte sich der Corvidal allerdings schon in Bewegung gesetzt und war in die Deckung der Statue zurückgeschnellt, bevor die Energieblitze in den Stein einschlugen. Beim zweiten Einschlag brach sie auf, sie riss von Kopf bis Fuß und zerfiel in ihre Einzelteile. Avida brach links unter den fallenden Überresten hervor und feuerte eine weitere, gezielte Salve mit seinem Bolter ab. Doch sein Gegner hatte nicht herumgestanden und darauf gewartet, beschossen zu werden, sondern sich für den Todesstoß genähert. In seiner linken Hand hielt er eine Kettenaxt, die wie ein Schwarm zorniger Insekten brummte. Seine Bewegungen waren kraftvoll und schnell, perfekt gezielt und mit vernichtender Stärke ausgeführt. Die Kettenaxt zirrte auf seine Brust zu, richtete sich dann aber plötzlich auf Avidas Hals. Ohne seine Vorahnung wäre er sicher gestorben. Sein Gegner war stärker, schneller und hat ihn mit Schwung angegriffen. Aber als die Klinge auf ihr Ziel niederfuhr, war Avida der vorherbestimmten Bahn der Schneide schon ausgewichen. Nachdem der Axtkopf ihn passiert hatte, verlagerte er meisterhaft sein Gewicht, drehte sich außer Reichweite und feuerte drei Geschosse aus nächster Nähe in das Gesicht des Feindes ab. Sie explodierten sofort und der Druck der Detonation warf sie beide voneinander fort. Avida rollte sich ab, sprang wieder auf und bereitete sich darauf vor, noch einmal zu feuern. Es war nicht nötig. Das Gesicht seines Feindes war zerstört. Eine leere Hülle aus Blut, Rüstungsteilen und Schädelfragmenten. Für einen Augenblick stand Avida über dem gefallenen Feind und spürte, wie das Blut in seinen Adern pulsierte. Es war das erste Mal, dass er einem der Angreifer, der seinen Trupp durch die Ruinen jagte, nahe gekommen war. Als er das Symbol auf dem Schulterpanzer sah, wurde seine Genugtuung über den Sieg durch Erschütterung verdrängt. Plötzlich hörte er die Geräusche weiterer Verfolger, ein Echo in seinem Zukunftsgespür, wie die Erinnerung an einen Traum. Weitere Feinde kamen schnell näher. Avida sprintete in Deckung, vorbei an den überhängenden Resten von Gebäuden, in Richtung der Koordinaten des Landungsschiffes. Er hatte keine Chance, sich alleine zu Calistons Position vorzukämpfen. Und es würde niemandem helfen, wenn er sich sinnlos töten ließ. Die einzige Option bestand darin, das Schiff zu erreichen, abzuheben und zu versuchen, eine Evakuierung aus der Luft zu unternehmen. Während er lief und wie ein Ghoul von Schatten zu Schatten huschte, versuchte er aus der Identität seiner Angreifer schlau zu werden. Aber es ergab keinen Sinn. Überhaupt keinen Sinn.